der champion hat es geschafft zweimal hintereinander ja jetzt hat er was abgekriegt ok und wir müssen noch ein bisschen nahrung sammeln 800 das ist euer letzter fehler das ist ein hinterhalt das ist einiges angenehmer jetzt auf mein zeichen wo die untoten geschwächt ankommen wir unsere gesamte verteidigung auf einen punkt konzentrieren können weil ich hier kommen sie einfach nicht durch kann jetzt aber mal kurz den die schlucht bis zu den steinen ablaufen ganz vorsichtig um zu gucken ob da noch was versteckt ist oh graulinge gibt es ja auch noch wie gesagt das nächste upgrade für ein paar eliten garantiert ist hier sind hier gräber im weg durch die wir uns durch kämpfen müssen wo die ganzen und toten immer hersporn auch da kommen sie jetzt ein bisschen angerannt auch ein hennetor also was stärkeres so sieht aber nicht so aus als ob hier drin noch was wäre gut hier bin ich der feind das ist euer letzter fehler das ist eine falle können wir irgendwas ja die hohen alte rüstung dass die was sowas von keinen sinn macht der da wäre nicht schlecht haben wir dazu auch beiden linken nein wir haben aber nicht gewibte bein linge haben eins mehr stärke ja und rüstungsmäßig könnten wir den da anlegen aber der ist im augenblick besser und ja das da können wir gar nicht benutzen ja gut wir haben die nahrung jetzt eine weitere schöne sache bei den zwergen ist ihre ausbildung ist relativ schnell verhältnis verhältnis also ja erstmal gucken dass wir hier durch gehen wahrscheinlich werden wir vor die zombies hier angekommen und von den skeletten hier wir sollten allerdings genug truppen zusammenkriegen um da nicht so starke probleme zu haben was hat nicht passieren darf ist dass wir in die nähe der knochentür bekommen ja die untoten hier die dann heben wir uns echt nochmal zum leveln für später auf wenn wir dann wirklich ja es wird sein wie in order of dawn dass die max rune die wir benutzen können 15 ist also wenn wir die 15 ohne haben hier bin ich hier bin ich ich höre macht nur einen befehl folgt mir vorwärts so äh wir speichern lieber mal wir sind ja so weit gekommen ohne einmal zu speichern und los was schon gefährlich war mir nach und los schnell schnell ich wollte eigentlich sagen ist jetzt die große frage kommt noch ein angriff aber ja es kommt noch einer das heißt den angriff werden wir hier erwarten und los mir nach folgt mir was in wo was war 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 Ja genau, sobald der drauf geht Zum Angriff! Kommt nur her! Kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Ohne Kräger zu mir! Auf mein Kommando! Kommt nur her! Okay, wir haben schon eine Kräger verloren Bereit! Mir nach! Vorwärts! Und los! Das sieht jetzt nicht ganz so viel aus Vorwärts! Folgt mir! Sofort! Und los! Also sagen wir so, ich rechne ja schon mal damit, dass es ein verlustreiches Unterfangen wird Unterfangen wird Ui Das ist eine Falle! Das ist ein Fehler! Das ist ein Fehler! Das ist ein Fehler! Und los! Das ist ein Fehler! Das ist euer letzter Fehler! also ja hier unten durchzukommen wird ungesund die linien müssen halten so jetzt sollten wir etwas vorsichtig sein ja vorwärts Wer ruft mich? Mir nach. Vorwärts. Folgt mir. Nied half wird mich rechnen. Vorsicht, Gegner. Ihr seid schwach. Wir werden angegriffen. Mehr davon, los. Das ist ein Hinterhalt. Das ist euer letzter Fehler. Ihr seid schwach. Okay, ich sollte selber sollte warum ich nicht mehr kämpfen. Ja, so seid ihr. Das ist euer letzter Fehler. Das ist euer letzter Fehler. Lasst sie nur kommen. Nied half wird mich rechnen. Hier. Sofort. Schnell. In die Schlacht. Wer ruft mich? No. Amen.